Wie gehst du vor, wenn du 2024 deine Immobilie kaufen möchtest, aber nicht ganz genau weißt, wie du dein individuelles Budget berechnest? Das gucken wir uns heute mal an und nach dem Video wirst du genauer wissen, wie du vorgehen musst. Und wenn du dich für diese und andere Themen rund ums Thema Immobilien interessierst, dann lass gerne mal ein Abo da und du bekommst jede Woche Samstag von uns nützliche Tipps, die dich nach vorne bringen. Wir schauen uns das heute mal an einem konkreten Praxisbeispiel an. Vor zwei Wochen war eine super nette Familie aus Bergneustadt bei uns, die uns auch über diesen Kanal gefunden hat. Und die Familie hatte diesen wahnsinnigen Wunsch, eine eigene Immobilie zu kaufen, kannte auch vom Prinzip ihr Ausgabenverhalten, wusste jetzt aber nicht ganz genau, wie soll sie das denn alles in Zukunft berechnen und hatten auch großen Respekt davor, jetzt auch noch mehr Geld für eine Immobilie auszugeben. Und da war mein Tipp, im ersten Schritt auf jeden Fall eine Transparenz in die Ausgaben zu bringen und vor allem auch in die Einnahmen und natürlich auch in die Ausgaben. So und hier ist es so, dass wir uns am allerersten Punkt mal die Frage gestellt haben, wie hoch ist die Miete? Wir haben aber dann für die Berechnung die Kaltmiete mal komplett unberücksichtigt gelassen. Und das würde ich dir auch empfehlen. Das bedeutet, lass einfach mal jetzt die Miete weg und wir konzentrieren uns oder konzentrier dich bitte selbst einfach mal auf alle anderen Ausgaben. Und wir blenden dir auch oben mal eine Tabelle ein, wie du quasi das Ganze berechnen kannst. Die haben wir extra für euch entwickelt, aber ihr könnt es natürlich auch auf dem Blatt selber machen. Wir haben es jetzt mit der Familie in der Beratung einfach mal individuell besprochen. Die erste wichtige Ausgabe, die die Familie hatte, sind die Essensausgaben. Das heißt die Einkäufe im Supermarkt, wir haben da die Kosmetika mit reingenommen. Wir haben auch Pflegeprodukte, Körperpflegeprodukte und so weiter mit eingerechnet. Also einfach so diese ganzen Kosten rund um die klassischen Einkäufe, die ihr so macht. Und was jetzt da noch mit berücksichtigt wurde, waren Ausgaben im Restaurant oder je nachdem jetzt auch mal Kosten, die in der Kantine angefallen sind. Dass man einfach mal weiß, okay, wie viel gibt man sozusagen für diese Position aus. 800 Euro war jetzt ein Mittelwert. Es war schon so, dass die Familie nicht alles mit Karte bezahlt hat, sondern auch viel Bar. Meine Empfehlung war ganz klar, entweder wirklich mal einen Monat straight alles mit Karte zu bezahlen, um es hinterher auch vergleichbar zu machen, um zu sehen, wie hoch sind die tatsächlichen Kosten. Oder letztendlich wirklich mal, wenn man viel Bargeld ausgibt, ein Haushaltsbuch zu führen, um es genau beurteilen zu können. Dann ist es so, dass die beiden ein Auto fahren. Wir haben mit 500 Euro im Monat gerechnet. Das inkludiert die Rate für das Auto plus die Spritkosten plus die Kfz-Versicherung und die Steuer. Und wir hatten eine kleine Instandhaltungsrücklage mit einkalkuliert. Zudem haben die beiden ihre Hausrat-Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, die jeweils so mit 100 Euro im Monat zur Buche schlagen. Und es ist so, dass sie kleine Kinder haben und somit Kinderbetreuungskosten anfallen. Im Berg-Neustadt-Sitz zum Beispiel waren es 400 Euro im Monat. Und hier ist es wichtig, dass ihr vielleicht bei euch selber mal schaut, wie hoch sind die Betreuungskosten. Wenn ihr noch ganz kleine Kinder habt, wenn ihr schon Kinder habt, die in der Kita betreut sind oder OGS, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Und wenn ihr zukünftig Kinder plant, dann solltet ihr diese Kostenposition auf jeden Fall mit berücksichtigen. Dann war es so, dass die beiden grundsätzlich auch eine Altersvorsorge abgeschlossen haben. In der Summe knapp 200 Euro. Das ist auch ein recht wichtiger Tipp, das trotzdem zu machen. Viele sagen mir, naja, ich habe eine Immobilie, ich brauche keine Altersvorsorge. Das sehen wir ein bisschen anders. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch Beratungen und Kundenfälle erlebt, wo die Menschen ihr Haus abgezahlt haben im Rentenalter, aber zu wenig für die Altersvorsorge gemacht haben. Haben am Ende in einer abgezahlten Immobilie gesessen. Haben aber auch keinen Kredit mehr für Modernisierung bekommen, weil sie zu alt waren. Und hatten dann das Problem, dass sie halt auch notwendige Sanierungen nicht mal durchführen konnten. Also da muss man auch immer so genau mal hingucken und sollte schauen, dass auch die Altersvorsorgeplanung parallel dazu auch nicht vernachlässigt wird. Darüber hinaus ist es so, dass die Familie noch variabler Ausgaben von 200 Euro im Monat hatte für Einkäufe, für Geburtstagsgeschenke, die jetzt sozusagen nichts mit den klassischen Lebensmitteln zu tun haben. 50 Euro im Monat hat die Familie noch für Fitnessstudiogebühren ausgegeben. Und dann gab es auch noch ein Bahnticket für 49 Euro. Dann war es so, dass pauschal mal 300 Euro für Kleidung angesetzt wurde. Gerade bei Kindern, bis ihr vielleicht selber die Kinder haben, ist es halt auch immer so, dass man da auch hin und wieder mal Sachen anschaffen muss. Das war aber auf jeden Fall ein Budget, wo die Familie sich wohlgefühlt hat. Und darum geht es auch im Übrigen. Es muss immer auch eine Summe sein, wo ihr selber sagt, okay, das ist sehr realistisch für mein persönliches Ausgabenverhalten. Ihr solltet da nicht zu konservativ rechnen. Ja, und solltet auf jeden Fall auch schauen, dass das alles auch realistisch ist. In dem speziellen Fall haben wir auch eine Urlaubsrücklage mit eingerechnet, damit einfach auch neben dem Immobilienkauf auch, ich sag mal, die normalen Dinge auch möglich sind, wie zum Beispiel auch im Urlaub. Das Haus kann noch so groß sein. Ihr wollt trotzdem irgendwann vielleicht doch nochmal ins Ausland oder sonst wohin, einfach um mal einen Tapetenwechsel zu haben. Deshalb achtet bitte darauf, dass diese Urlaubsrücklage bei euch auch mit eingeplant ist. Natürlich auch ein Notgroschen für unvorhergesehene Dinge. Dass wenn einfach mal Reparaturen anstehen, die ungeplant sind, dass ihr da nicht direkt Probleme bekommt und nachts immer gut schlafen könnt. Gesamtausgaben lagen jetzt hier bei 3.100 Euro. Also aufgerundet bei 3.100 Euro. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du dir mal deine persönliche oder ihr euch mal eure persönliche Kostenplanung anschaut, seht ihr denn diese Positionen, die jetzt bei der Familie waren, auch als realistisch an? Habt ihr vielleicht deutlich höhere Ausgaben? Mich würde mal total interessieren, wie eure Ausgaben sind. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare und dann kriegt man mal so ein gutes Bild davon. Ansonsten war es so, bei der Familie lagen jetzt insgesamt die Ausgaben bei 3.100 Euro. Wenn ich die jetzt von dem Budget, von den 5.000 Euro abziehe, heißt das, es bleiben 1.900 Euro übrig für die Immobilienfinanzierung. Und jetzt ist es so, dass ihr ja vom Prinzip auch eine Miete habt, die ihr schon bezahlt. Jetzt in dem Beispiel bei der Familie war es so, dass insgesamt 1.200 Euro auch an Miete bezahlt wurde. Wenn es jetzt bei euch genauso ist, dann können wir gleich sehr, sehr schnell auch ableiten, wie dann jetzt endlich der Kaufpreis sein darf, wie auch eine Finanzierung aussieht. Wenn ihr euch ein bisschen schwer tut mit dieser ganzen Berechnung, dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch gerne individuell bei uns einen Termin buchen. Der ganze Termin ist kostenfrei. Ich blende mal kurz unten ein, wie das Ganze funktioniert. Also ihr klickt auf die Kommentare, dort findet ihr den Buchungslink. Dann gelangt ihr auf unsere Terminbuchungsseite, könnt euch einen Termin aussuchen und dann sehen wir uns auch schon im Zoom-Call. Zurück zum Thema. Wir gucken uns jetzt mal genau an. Dann ausgeht mal von der Ableitung des Budgets, wie viel kann denn überhaupt sich jetzt die Familie leisten. Und es ist so, dass wenn man das mal abzieht, heißt es ja, dass bei 1.200 Euro Warmmiete und bei 1.900 Euro frei verfügbaren Budget ja jeden Monat 700 Euro übrig bleiben müsste. So, das ist jetzt genau der Punkt. Wenn du für dich selber oder wenn ihr für euch euer Budget ermittelt habt, was übrig geblieben ist, stellt euch mal kritisch die Frage, habt ihr dieses Geld auch immer auf dem Konto? Und habt ihr die Möglichkeit, das auch zu sparen? Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe nicht so viel übrig, wie ich mir jetzt gerade berechnet habe, dann heißt das, dass ihr einfach nochmal genauer auf eure Ausgaben schauen müsst. Vermutlich gebt ihr dort jetzt doch mehr Geld aus, als ihr vielleicht denkt. Und deshalb ist zum Beispiel so ein Haushaltsbuch auch sinnvoll, um es mal genau nachvollziehen zu können. Wenn ihr das Geld immer übrig habt, wunderbar, dann wisst ihr, dass ihr diese Summe, diese Differenz jetzt auch zur Verfügung habt und daraus auch entspannt euren Preis ableiten könnt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann gebe ich euch den Tipp, simuliert es einfach mal. Das bedeutet, packt mal einfach diese Differenz, die entsteht, jeden Monat jetzt auf die Seite. Guckt euch das mal zwei, drei Monate an. Und wenn ihr dann feststellt, hey, das funktioniert ja super, ich muss mich gar nicht so krass einschränken, dann könnt ihr die Summe verplanen. Wenn ihr feststellt, Mensch, da fehlen jeden Monat 200 Euro, das funktioniert ja nicht, dann heißt das, dass ihr vom Prinzip von eurem eigenen Budget da ein bisschen runtergehen müsst. In dem Fall war es so, dass bei der Familie diese 1.900 Euro verplant werden konnten. Und da ist es so, dass wir jetzt im nächsten Schritt einfach mal ableiten konnten, wie hoch ist jetzt sozusagen hier auch der mögliche Kaufpreis der Immobilie. Und bevor man das macht, sollte man im ersten Schritt immer mal überlegen, wie groß sollte denn jetzt die Fläche sein, die ich benötige. In dem Fall war es bei der Familie so, dass sie gesagt haben, naja, 120 Quadratmeter Wohnfläche reicht mir. Und wenn wir jetzt mal eine fiktive Größe von 4 Euro der Quadratmeter für die Nebenkosten anrechnen, die in der Regel auch immer passt, sind das 480 Euro im Monat für die Verbrauchskosten der Immobilie. Die sollte man jetzt vom vorher verfügbaren Einkommen abziehen, heißt, es bleiben dann 1420 Euro im Monat für die Rate übrig. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Tipp und zwar merkt euch einfach, für 500 Euro im Monat könnt ihr 100.000 Euro Darlehen finanzieren. Das bedeutet in dem Fall, für diese 1420 Euro liegen wir bei roundabout 300.000 Euro Darlehen, die die Familie jetzt zur Verfügung hat. Und entsprechend darf das Haus jetzt auch 300.000 Euro kosten. Wichtig dabei ist natürlich nur, dass die Nebenkosten, die Kaufnebenkosten hier auch als Eigenkapital zur Verfügung stellen müssen. Es ist ja einmal sind die Grunderwerbsteuer, die Notargebühren und je nachdem auch die Maklerkosten, je nach Bundesland variieren die Grunderwerbsteuern. In der Summe sind es so 8,5 bis 12 Prozent der Kaufnebenkosten. In dem Beispiel unserer Familie heißt das 36.000 Euro Kaufnebenkosten sollte aus Eigenmitteln mit eingebracht werden. Und dann wäre es so, dass das Budget entsprechend 300.000 Euro für den Hauskauf betragen kann. So und dort hat man das sehr, sehr gut hergeleitet. Ihr seht, wie wichtig vom Prinzip eure Einnahmen und eure Ausgabensituation ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und dann kriegt ihr das auch sehr, sehr gut raus und könnt auf der Basis dann einfach auch nochmal ableiten, wie teuer letztendlich auch euer Haus sein darf. Und das ist ganz wichtig, dass ihr nicht euch zu teure Häuser anguckt, dann enttäuscht seid, wenn die Finanzierung nicht klappt, sondern dass es einfach von vornherein auch realistisch ist und ihr auch genau eure Stellschrauben kennt. Wenn wir euch da nochmal konkret informieren sollen oder nochmal einen Beratungstermin wünscht, könnt ihr euch hier oben einen Termin buchen. Wir beraten bundesweit kostenfrei zu diesen Themen und auf der anderen Seite blenden wir dir hier oben nochmal unsere Playlist ein für weitere nützliche Videos rund ums Thema Immobilienfinanzierung. Viel Erfolg im Jahr 2024, sagt der Riccardo von der Faktor Wir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Zum Abschluss möchten wir dir noch etwas ganz Besonderes mit auf den Weg geben. Und zwar haben wir extra für dich einen Kurs erstellt von der Idee des Immobilienkaufs bis in die eigenen vier Wände. In zehn kurzen Videos erfährst du alles, was wichtig ist. Wir haben ein Berechnungstool zum Thema Ermittlung des Kaufpreises, Tipps zur Suche, Tipps zur Besichtigung, Tipps zur Kaufpreisverhandlung mit Vorlagen, über die Finanzierung, über den Notartermin. Alles, was du brauchst, ist in diesem Kurs. Also schau dir das auf jeden Fall mal an, klick auf den Link und dann kommst du direkt dorthin. Du musst dich auch garantiert nirgendwo eintragen.